Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir den Turniermodus und wir nehmen, ich guck mal kurz, welche Mannschaften beim Sprengler Cup sind. Nur die Team Kanada, aber die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Sparta Braha war da auch noch. Dann nehmen wir also die Champions Hockey League. Und ich bin da dann natürlich mit den Eisbären. Mal gucken, ob es überhaupt sogar die beste Mannschaft ist. Lyon, Lyon ist die beste Mannschaft, glaube ich jedenfalls. Mit Fergesan BK ist noch irgendeine Mannschaft da drüber. ERC Rappo München ist noch da drüber. Sparta Braha ist noch genauso gut wie wir. Und Adamanda Heimhalter. Oh, die sind auch noch besser als wir. Ey. Aber die sind gut. Gegen die habe ich mal mit Salzburg gespielt. Mit irgendeiner Mannschaft. Und die waren richtig stark. Ja, ich habe da als Torwart oder so gespielt. Und ich habe immer nur kassiert. Immer nur kassiert. Ich bin auf Ostern. Und jetzt muss ich kurz lernen. Ich trinke kurz einen Schluck Apfelschorle. So, jetzt. Och, nö. Was? Wer ist das? Wer ist das? Ich gehe mir mal. Ich darf mir mal. Mad White, Fiori, die haben das jetzt sogar umgeändert, wer ist das, spielerinfo, kann ich denn hier irgendwie rausspeisen, okay, doch nicht, ist von Los Angeles Kings, Lugas Reich auf jeden Fall, Tyler Madden kenne ich teilweise nicht, Pakatuomi wichtig, Center, ja, kenne ich, Verteidiger, McCurnan, Ramech, Mick, Torhüter, da bleiben die beiden, Rookie fälschte, ich muss mir jetzt hier nicht alle angucken, dann mache ich kurz reinbearbeiten, ja, die Reihe ist super, ich muss mir hier kurz ein bisschen ändern, Kinder und in der Verteidigung, ey, ich mache ein bisschen schlechter, Strafe, soll ich machen, ich mache nicht, guck erst mal, wie gut ich mir dabei bin, so, wir starten jetzt rein, haben wir auch alternativ, ja, wir nehmen das, nee, da machen wir es richtig mit CRL auswärts ging CRL, ich will nur kurz gucken, wie bei denen die Ausstellung ist, Smith, Läube, Schütz, Schindemann, Moon, Kloss, Kloss, Florian Elias, oder auch zum Spieler des Jahres, zum Rookie des Jahres gekürt, Endras und Brücken, ja, Endras, ey, mit seiner 72 kann Niederwerke einstecken, wir geben einfach unser Bestes und dann wird's Zucker, wir verlieren zwar 4-0, aber egal, mir reicht schon, wenn ich wenigstens ein Tor schieße, so, hey, jetzt fängt die Petty an, über das Reiche hin, Smith, ja, 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 der Winterschmann, der erste Bulli, die stimm ich gleich wieder ganz dumm an, ne, oh, erster Schuss auf Endras, komm, Bomm ihn weg, Bomm ihn, komm, Föder, lauf in mein Leben, Jaja, der war so ein Abtierfähig gefangen, um, oh, er wird macht, oh mein Gott, aber geil, Maske, 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 ja, Maske von Niederberger, Maske.. musste der wolf es war groß eine bombe in abwehr ist diese bombe mal ich bin dabei ich lange bleibt für den Traum die Art entweder geht für für das später unter dem Haus oder oder die anderen gehen einfach schnell wechseln Hallo, nervt doch dann nicht mal. Ey, er geht mir ja schon wieder auf den Keks. Oh, oh, komm ich können. Ach man, ey, Schmutz. Ich hab gar nicht gemacht, gar nicht, gar nicht. Nur eine Bier getrunken. Und jetzt lauf, Backman. Backman. Oh Gott, du bist so schlecht. Wie kann man denn beim Schlagschuss den Puck nicht treffen? Das ist auch schon wieder Köln. Oh Gott, warum spiel ich in Druck rein? Wenn das jetzt im Spiel würde, Träger. Schöne gehen. Momentan sind wir für die stärkere Mannschaft. Ich sag schon, dieser Kloss oder Klos, er trifft jetzt hier. Oh, vierte Reihe bei uns spielt Kinky. Erste Reihe von denen. Und Foucault startet durch. Mann. Mann. Ey, wie kann man den nicht treffen? Oh mein Gott. Streu oder Kinder war das. Lettiviori. 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 Ich hab keine Ahnung, wer das war. Mann. Warum? Ich wette, dieses Tor wurde manipuliert. Wurde safe kleiner gemacht. Anzeige. Anzeige. Anzeige, Anzeige. Nein. Wolf, komm vorbei. Wolf, Wolf. Der Wolf. Der Wolf. Komm, Föder. Biss doch schnell wie der Blitz. Lagen, 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 nicht mehr ein Puff. Das kann zu einem Gewinnerstück herauffüllen. Was war's? Mit dem ersten Drill. Ey, das kann mir doch keiner sagen, dass die... 1 Minuten 47 bei uns im Angriffsdrehen war. Ich war nur 40 Sekunden im Angriffsdrehen. Passen haben die bessere Quote. Checks hab ich mit besseren Quote. Ja, genau. Wo hatten die denn 6 Schüsse? Ja, andersrum. Ich hatte 6. Und die hatten 4. Ich hab jetzt 2. Und nicht mehr die Schüsse gezählt, aber... Aber... Ich hab jetzt 4. Körperverletzung... Ist hier einfach... Schiere, was war das? Der stolpert da drüber! Egal. Wenigstens bin ich da jetzt auch schon mal vorne. Ähm... Auch eigentlich, wenn es schlecht ist, aber... Wie lange wir die Überzahl überstehen... Nein! Oh geil, ich glaub... Ich glaube, danach will ich mal eine Sache gucken. Ob, ähm... Warum denn? Warum? Pfff... Ob Tim Stütze jetzt schon bei... Ähm... Man, ich komm nicht auf den Namen! Ähm... Otter Vicentas so hier zu... Getrafted wurde... Äh... Nee, Getrafted wurde ja schon... Ob er... Ob er jetzt auch... In Angel... Äh... 21... Wird er auch schon spiel... Weil... Bis vor kurzem waren... Paka Toomi... Fiori... Oder andere... Spieler auch noch nicht eingetragen... Ne, denn... Ja... 2-0... Also noch nie... Diz... Diz... Ey, Florian Diz... 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 Hm... Tabelle? Raben, Bakling, Elias... Werbean Elias? Ha... Fahrt leicht mehr... Dann guck du langer Ente... Ja... Ganz klar Eisen... Es gibt keine Strafring-Tolter-Behindernung. Hey, Schiri. Ich hab ihn nicht mal berührt. Ich will nur kurz gucken, wie er runtergehen muss von denen. Behinderung Ben Smith! Ha! So, ein Sperren. Jetzt kommt hier mal raus aus dem Drill von dem Adler. Und das Tor trefft, bitte auch mal her. Ja, ja, ne? Zingale und Kinder sind bei mir und bei denen sind Brunnen. Brunnen-Wolvo. Brunnen-Wolvo. Komm, Kinder! Lauf! Kind, ey. Na, dann passt doch zu dir. Bist du auch ein Kind. Was? Komm. Hey, das wär so knapp. Sonst wär sogar ein Schuss gewesen. ... ... Was ist das? Wir sind so hart Spielüberlegen. Nein! Was? Was? Der wäre gerade reingegangen und der Schiri pfeift einfach ab, das ist so unverschämt. So unverschämt, warum man denn nicht noch kurz laufen lassen kann. Ey, nur weil wir hier in Mannheim sind, deshalb. Ey, Nina, wie kann so was passieren? Was? Das war's für heute. Ja, genau, Niederberge. Ja, der drei Millimeter vor dir ist, den hältst du, aber... Jetzt wächst ich anschließend auch ein. Auszeit nehmen. Ei, hinbearbeiten. Hallo, ich hab dann Time Out genommen. Das will ich jetzt auch haben. Umfeld 4-0, ey. 45. Kommt der jetzt ins Spieldorf? Ja. Geil, ich kann jetzt so viele Tore schießen, wie ich will. Die fünf Minuten laufen jetzt regelrecht komplett ab. Oh mein Gott. Und jetzt sind's bei Sekunden schon wieder von der Strafzeit rum. Komm. Ja, kleine Ben Smith. Der nervt mich langsam. Okay, dann, der hat mich ängst. Komm mal her. Hier kann ich den Brückmann einwechseln. Okay. Okay. Kann das kein Einzelner sein. Okay. Kann das kein Einzelner sein. noch mal her. Ich kann die Bühne sein. Ich kann den Brückmann einleiten sein. Kann das nicht hervorrufen? Hey, Anschutzka kommt da auch noch mal raus. Ja, Mann, da ist das. 4 zu 1. Okay, die 4 zu 0 wird's ja nicht mehr. 1 Minute 40 nur in Überzahl. Komm, da ballern wir den jetzt noch mal ein paar Dinger rein. Ich dachte, er geht um den Winkel. Nino-Kinder kann ich aber auch gar nicht schießen. Ja. Tor. Boom, Junge. Steht schon auf einmal 4 zu 2. Oder 2 zu 4 nur noch. Oh, schön gespielt. 4 zu 3. Jeist. Dumme Strafe. Geile Strafe. Von hier aus können wir das jetzt noch ganz Zeit lang so machen. Oh, ja. Nein. Ja, du kommst einmal wenigstens raus. Oh. Du kommst einmal gegen den. Move von. Womos. Buss. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, aber wenn es jetzt so langsam nix hier wird, dann muss ich ehrlich sein, denn ich muss hier Torwart rausnehmen. Scheiße. Torwart rausnehmen ist immer das beschissenste. Ich bin zwar denn in Überzahl, aber die können ja einfach von hinten durchschießen. Der kann reingehen. So. So. Komm. Das ist nicht. Ich bin verspült. 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 Nein. Mist, ich hab's ja gar nicht getan. Ich bin so blöd. Ich bin verspült. Warum, Schiri? Schiri, warum? Nein. Bittes. Bittes. Ey. Bittes. Ey. Genere. Komm. Scheiße. Hey, warum Markus Eisen spielt? Der hat ja nur ein Tor geschossen. Das war's mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.